Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty, Wall of Warfare, hier im Singleplayer, zweite Mal sind wir dran jetzt hier, zweite Folge, und wir gehen hier durch den U-Bahnwagen gerade und sind hier mitten auf der Mission, ich muss ein bisschen ruhig sein, sonst hört sich rein. Huh, Warngranate, bitteschön. Ne, noch einer, schieß ihn ab. Der lebt noch, oder? Alles klar. Okay, weiter geht's, oder wie? Sieht gut aus. Oh ja. So, Smartphone-Werbung erstmal hier. Mitchell, mach das Tor auf. Ja, warte, ich hol mir eben den Snack, okay? Ich mach das Tor ja schon auf, bitte, hier. Der ist wirklich stark. Oh shit. Nicht feuern! Blau! Blau! Identifizieren! Atlas, PMC, Rettungseinheit. Wir transportieren ein Ziel. Wie ist das Wetter im Süden? Ein echter Albtraum. Der östliche Tunnel ist die bessere Wahl. Verstanden. Viel Glück. Also los, mir nach! Aber mach jemand. Atlas, Will, ist das nicht der Laden deines Vaters? Yep. Sie haben die beste Ausrüstung, das beste Gehalt. Wieso bist du nie eingestiegen? Wollte meinem Land dienen, nicht meinem alten. Oh, eigentlich ist schon mal einer tot. Ja, ja, er hat Ziel ausgeschaltet. Probier ich mal. Ja, er hört oft koreanisch zu reden. Ah, lecker. Wo denn? Oh! Jetzt doofen Säcke. Lass mich doch mal hoch. Ich geh. Wo? Wir sind verletzt in Deckung. Ja, ja, ich geh in Deckung hier. Tschüss, ich bin in Deckung. Jetzt mal warten, 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 warten. Oh, lecker. Cola oder Wasser oder was auch immer. Ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Doch da ist einer. Wo ist der Rest? Da unten war noch einer. Haben wir sie alle? Sieht gut aus. Nein, 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 nein. das geschützt ist ausgeschaltet und jetzt jackson was los dieser häuser kam hier wo er wurde von wo er schießt noch irgendwo einer ist er da oben drin oder was ich hier mal hier rein und guck mal nach hier für euch so habe ich mich alle wo denn wo ist er denn zwölf uhr da unten hier sind so viele hier wo ist noch einer da ungefähr ist auch tot auch mehr tot haben wir alle oh 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 was war das denn für ein geschoss das ist ja mein gefährlich hier ja ziel ausgeschaltet ich muss ja alle ausschalten ne der macht ja nix hier ist nix los sprengteam 1 bitte kommt oh shit wir müssen weiter granate ok wo war der denn der das geworfen hat da alles klar ein bisschen um die ecke ich seh schon kommt der mit oder wie siehts aus wo war das wo war das die granate ok hier für euch ich will einfach mal ein bisschen hüpfen hier wofür haben wir das exoskelettern so auf jeden fall eine mission wo man richtig reingeworfen wird wo man erstmal richtig was machen muss hier ok weiter gehts schön immer die trenten rauf da sind fische goldene fische schwimmen hier an den monitoren lang hier rüber ja wer hat mich denn hier geschoben von euch na toll gibt es mal die waffe aus der hand hier gibt es wieder in der hand hier gibt es aus der hand ok hier darf ich also nicht schießen ok guck mal von hier aus das sprengteam sollte in der nähe sein hier drüben scheiße sie sind tot ok ja da liegen sie ich sehe ihre sprengsätze wir können das noch durchziehen ja dann machen wir das doch wir sind kein sprengteam sind wir nicht aber wenn wir auf ein anderes sprengteam raten geht dieser werfer in position ich hole die ladungen gib mir Deckung ja das wäre nicht so gut bist du sicher Will ja ich schaff das ok Mitchell du gehst mit 1 nimm diese Drohnenausrüstung wir decken dich legen wir los ok wo waren wir denn F-17 alles klar hier habe ich voll in den Kopf getroffen das ist sehr gut komm du links lang gehe ich rechts lang komm 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 go 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 wo kommt ihr denn her seid ihr bescheuert in Deckung ich bin verletzt ja ja in Deckung ist gut ich bin in Deckung guck mal warst du schnell für meinen Kollegen schnapp dir die Ladungen 2 Uhr schnapp dir die Ladungen 2 Uhr 2 Uhr was ist los was ist los ups wir werden getroffen verändere Position das Sprengteam ist tot wir versuchen die Mission selbst abzuschließen ich kann irgendwie diese scheiße Runde nicht machen uiuiuiuiui wir haben die Deckung verletzt ja klar weiter Feuermittel wir haben's fast geschafft wir schaffen das klar schaffen wir das wo bist du denn? du bist da hinten achso komm mal warte auf mich nein der hat mich umgehauen bevor er erschossen wurde nein ich hoffe ich muss nicht so viel neu machen oh nein du musst deine Zugangsluke finden und die Ladungen reinwerfen verstanden Sir alles klar ja ich komme die aushalten jetzt kommen wieder die Drohnen ok die Drohnen die Drohnen die Drohnen die eine haben wo ist die andere Drohne? da weiter Feuermittel wir haben's fast geschafft ok haben wir und immer noch die scheiß Drohne wir trennen sie in das Kot wir versuchen die Mission selbst abzuschließen weiter zum Werfer weiter zum Werfer weiter zum Werfer so ja weiter zum Werfer ok oh shit oh shit ich kriege mein Kollege jetzt mal da hoch genau so und jetzt wo sind wir? ok 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 die Ladung da oh shit oh shit scheiße mein Arm ist gebrochen tut scheiße weh los zieh versuch was scheiße ich glaub wir müssen nicht loslassen schäd' dich nicht um den Timer noch einmal zieh wir heben ab du musst weg los und du? wir haben keine zwei du musst springen jetzt du bleibst du kommst mit du bist ok ich sehe dich auf der anderen Seite ok auf der anderen Seite mein Kollege ok Aua ist da Blut an meiner Hand? ja hier ja Spaceman Badger 2 hat's erwischt ich brauche einen Rettungstransport einen Moment ja ein Moment schön durchhalten alles wird gut ok ok ich kann nicht laufen mein Bein oh shit mein Arm ist das mein Arm? oh shit oh shit so aber wir haben die Mission geschafft EXO Herausforderung gucken wir mal Abschüsse 50 100 hätte ich gemacht können ne 26 was ist das denn hier für ne hm Voltreffer 15 ein Generatenabschüsse 17 von 40 was denn oder was ich hab keine Ahnung was man hier genau erreicht hätte müssen aber Verbesserungen nächste Mission können wir einfach mit Enter äh machen aber wir können jetzt mal die Verbesserung reingucken verdienen sie Verbesserungspunkte mit vier Herausforderungen Abschüssen Volltreffer Granatenabschüssen und Geheimdaten finden gehen sie ihre Verbesserungspunkte zwischen den Missionen für ihre EXO aus ok was haben wir denn Verbesserungspunkte? wir haben zwei Stück wir können Widerstand erhöhen wir können die Primärgranate erhöhen wir können Sprinten wir können die Batterie erhöhen wir können die Batterie erhöhen wir können das Nachladen verschnellern oder was? steigert Nachlagergeschwindigkeit um 25% oh Rückstöße reduziert Rückschlag um 10% schneller ziehen geht hier nicht aber 3 steigt EXO Fähigkeiten Einsätze um 1 Sprinten verlängert Sprinter um 50% das können wir ja machen ja möchten sie das verbessern ja möchte ich so und dann haben wir noch einen Punkt den können wir wohl machen in Widerstand reduziert Explosionsschadung 25% das klingt doch schon mal gut das machen wir sehr schön kann man hinterher noch mehr das EXO Geld verbessern das freut mich insgesamt kann man 22 EXO Verbesserungen machen wie man sieht zwei habe ich schon läuft auf jeden Fall bei mir würde ich sagen so und bevor wir jetzt in die nächste in die nächste aufrüsten enter wir haben auch schon hier wir haben auch keine Punkte mehr zurück mehr können wir jetzt nicht machen wir können jetzt in die nächste Mission springen das machen wir jetzt aber an dieser Stelle nicht das machen wir beim nächsten Mal ich würde sagen wir sehen uns dann in der nächsten Folge in den nächsten Tagen mal gucken wo die kommt genau bis dahin ciao ciao